Das ist der Oberhammer. Satoshi Nakamoto, der pseudonyme Gründer von Bitcoin, soll scheinbar enthüllt worden sein. In einer neuen HBO-Dokumentation, die nächsten Dienstag erscheint, soll die wahre Identität von Satoshi Nakamoto enthüllt werden. In einem Artikel, der hier dazu erschienen ist, hier von Politico, heißt es dazu, mysteriöser Schöpfer von Bitcoin identifiziert, behauptet neue HBO-Dokumentation. Diese Enthüllung könnte Schockwellen durch die Kryptowährungsmärkte und darüber hinaus senden, also hier wirklich ein brachiales Feuerwerk auslösen. Ich sage es euch ehrlich, ich bin hier noch sehr skeptisch und wir schauen auch gleich mal rein, weil es gibt hier schon den ersten Ausschnitt von dieser Dokumentation. Wenn das hier stimmen sollte, dann wäre das hier wahrscheinlich die größte Enthüllung, wahrscheinlich in diesem Jahrzehnt oder in diesem Jahrhundert vielleicht sogar. Aber wie gesagt, ich bin hier noch sehr, sehr skeptisch und ich werde euch auch nachher erklären, warum ich hier noch sehr, sehr skeptisch bin. Es würden ja auch hier vor wenigen Wochen Bitcoin bewegt, die hier definitiv aus der Anfangszeit stammen und durchaus auch von einigen Experten hier als Satoshi deklariert würden. Also hier sind schon vor wenigen Wochen Leute davon ausgegangen, dass Satoshi Nakamoto noch lebt, da er hier seine Bitcoin bewegt hat. Manche sind jetzt davon ausgegangen, dass es die Familie von Hellfini war. Wiederum andere haben gesagt, nein, es sind ganz andere Leute. Diese Bitcoin würden sogar hier an eine Börse gesendet. Ich weiß jetzt nicht, ob sie hier auch verkauft würden, aber scheinbar würden diese Bitcoin hier zu Kraken gesendet. Und jetzt kommt hier der nächste Hammer. Nicht nur würden hier die Bitcoin bewegt, sondern jetzt gibt es hier eine Dokumentation, die behauptet, hier die wahre Identität von Satoshi Nakamoto enthüllt zu haben. In einem dazu erschienenen Artikel heißt es hier weiter, die Enthüllung könnte Schockwellen durch die globalen Finanzmärkte und sogar die US-Präsidentschaftswahl senden, insbesondere angesichts der Unterstützung, die der republikanische Kandidat und ehemalige Präsident Donald Trump bei Bitcoin-Enthusiasten kultiviert hat. Die Dokumentation ist das neueste Werk des Emmy-nominierten Kalm Hubeck, der für seine Q in the Storm kritische Anerkennung erhielt, die die Autoren der QAnon-Verschwörungstheorie entlarvte. Die große Enthüllung soll nächste Woche Mittwoch um 2 Uhr ausgestrahlt werden. Das ist bei uns zu deutscher Zeit Dienstag um 21 Uhr, also hier auch eine Bitcoin-Zeit. Dienstag 21 Uhr wird sehr, sehr interessant. Ich glaube, wir schauen uns jetzt mal zusammen den Trailer an, denn hier gibt es schon einige Hinweise auf die Akteure, die hier in dieser Doku dabei sind. Und danach werde ich euch auch verraten, wieso ich hier noch sehr, sehr skeptisch bin. Jetzt gab es hier leider ein kleines Copyright-Problem und YouTube hat im Endeffekt den Trailer gesperrt. Deshalb kann ich hier nur einen ganz, ganz Mini-Ausschnitt zeigen. Aber ich probiere es euch jetzt hier mal zu erklären, was in diesem Trailer stattgefunden hat. Ich verlinke euch natürlich auch unten den ganzen Trailer, dann könnt ihr euch den anschauen. Der geht so zweieinhalb Minuten. Also man muss erst mal dazu sagen, der Trailer ist hier sehr, sehr gut gemacht. Und man sieht schon, die Grundstimmung ist hier sehr mysteriös. Es macht auch den Anschein, als ob man hier versucht, tatsächlich rauszufinden, wer hier Satoshi Nakamoto ist. Man geht hier auf die Gründe des ominösen Erfinders. Es wird auch Adam Beck hier interviewt, der auch von manchen Leuten als Satoshi Nakamoto-Kandidat hier öfters in den Raum geworfen wird. Aber Adam Beck sagt von sich selber, nein, er ist nicht Satoshi Nakamoto. Auch wenn Adam Beck einer der wenigen Menschen ist, die von Satoshi Nakamoto im Whitepaper, also dem Grundentwurf von Bitcoin, hier schon benannt würden. Und Adam Beck hatte auch definitiv scheinbar Kontakt mit Satoshi Nakamoto, auch wenn er sagt, er kannte ihn nicht persönlich. Es sind auch andere OGs in dieser Dokumentation hier enthalten, wie zum Beispiel Samson Mao oder Prinz Philipp, die ich übrigens beide auch persönlich kenne. Ganz lustig auch. Ich bin vielleicht auch sogar in der Doku drin, weil ich weiß, noch in Prag haben wir damals noch zusammen hier aufgenommen, weil wir da ein Gig hatten. Ich, der Samson Mao, dann war noch der Knud Zwanholm dabei und der Michael Fischer. Wir haben damals eine Coverband gehabt, eine Nirvana-Coverband und haben damals auf der Bitcoin-Konferenz in Prag hier ein Covergig gespielt. Und da war tatsächlich auch das Kamerateam hier von HBO dabei und da hat noch Samson Mao gesagt, hey, da drüben ist die Kamera. Es könnte auch sein, dass du hier in der Doku erscheinst. Deshalb mal schauen, ob dann hier der Covergig tatsächlich hier drauf ist. Das wäre sehr, sehr lustig. Aber auf jeden Fall sieht man in dieser Doku noch nicht, wer hier Satoshi Nakamoto ist. Hier wird quasi nur Tension und Spannung aufgebaut. Es sind auch hier ein paar Kritiker dabei, die dann irgendwelche negativen Sachen sagen hier über Bitcoin. Auch ganz interessant hier, Satoshi Nakamoto wäre ja mittlerweile hier einer der reichsten Menschen der Welt. Auch wenn ich davon ausgehe, dass wenn hier Satoshi selbst in dieser Dokumentation enthalten ist, dass dann das hier nicht Bitcoin zum Einstürzen bringt oder sowas. Weil Satoshi Nakamoto mittlerweile nichts mehr zu sagen hat im Bitcoin-Netzwerk und dementsprechend es höchstens eine Schockwelle auslösen könnte, aber nicht hier Bitcoin kaputt machen. Und es gibt auch noch ein paar weitere Gründe, die dafür sprechen, dass Satoshi Nakamoto hier nicht in dieser Doku enthüllt wird. Ich meine, es ist natürlich ein geiler Marketing-Gag, wenn man hier sagt, hey, wir veröffentlichen den Namen von Satoshi Nakamoto. Im Endeffekt wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass dann einfach irgendwann kommt so ein Satz von wegen, ja, we are all Satoshi Nakamoto, also wir sind alle Satoshi Nakamoto. Und dann wird quasi hier in die Irre geführt. Das könnte möglich sein. Oder es könnte auch sein, dass das Ganze hier missinterpretiert wird. Denn jetzt geht hier überall in Twitter die Runde rum, dass hier im Endeffekt die Identität von Satoshi Nakamoto enthüllt wird. Aber wir sehen ja, dass in diesem Trailer gar nicht versprochen würde, hier zu enthüllen, wer Satoshi Nakamoto ist. Das sind ja nur die Twitter-Leute, die das hier wieder rumposaunen, diese News. Hier gibt es jetzt sogar schon die erste Shownote in Twitter, die hier sagt, No word during the trailer does the author claim that the identity of Satoshi will be revealed during documentary. This headline is speculation. Also die Titel hier, die sind einfach nur Spekulation, weil hier so viel Tension aufgebaut wird. Und jetzt spekulieren die Leute darüber, dass diese Tension darauf hinführen könnte, dass hier Satoshi Nakamoto tatsächlich in dieser Dokumentation enthüllt wird. Ein weiterer Grund, der hier dafür spricht, dass Satoshi Nakamoto hier nicht enthalten ist. Hier in dieser Doku sind im Endeffekt sehr, sehr viele Bitcoin OGs enthalten. Und Adam Back und die ganzen Bitcoin OGs, ich weiß nicht, ob die hier sowas überhaupt für gut befinden würden, wenn die hier in der Doku hier Bitcoin oder den Gründer von Bitcoin veröffentlichen würden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn Adam Back hier Satoshi Nakamoto kennen würde und weiß, dass hier jemand eine Doku dreht und das veröffentlichen wird, dann würde der bestimmt hier dazwischen gehen und würde sagen, hey Jungs, lass es mal lieber unter dem Radar. Es ist viel besser, wenn Satoshi Nakamoto anonym bleibt. Es ist besser für ihn, weil er dann in Sicherheit ist und nicht hier angreifbar ist. Und es ist vermutlich auch besser für das Bitcoin-Netzwerk, weil es dann einfach seine dezentrale Struktur behält. Ich meine, Bitcoin würde die dezentrale Struktur nicht verlieren, wenn hier Satoshi Nakamoto öffentlich wird. Aber es gibt dann halt eine gewisse Angriffsposition und Satoshi Nakamoto könnte ja auch durch Brainwashing oder durch seine Marketing-Effekte oder durch das, dass er quasi auf andere Leute Einfluss nimmt oder vielleicht sogar alle Leute auf ihn hören, hier Einfluss nicht direkt, aber indirekt aufs Bitcoin-Netzwerk ausüben. Samsung Mao haut hier noch einen Tweet raus, dass wenn diese Doku hier veröffentlicht wird, hier die Hyper-Bitcoin-Omega-Candle kommen wird. Das hat er wahrscheinlich hier nicht ernsthaft gemeint, sondern denke ich mal sehr stark, dass es hier nur ein Scherz ist oder hier etwas satirisch gemeint ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Nächste Woche Dienstag wird sehr, sehr interessant, was diese Dokumentation enthüllt. Und auch selbst, wenn sie hier nicht zum Schluss kommen sollte, wer hier Satoshi Nakamoto ist, dann sieht es schon jetzt sehr, sehr spannend aus. Und ich werde mir das definitiv wahrscheinlich mal anschauen. Ich habe jetzt noch ein großes Geschenk für euch. Am 12. Oktober wird meine große Abschiedsparty hier im Bitcoin-Hotel stattfinden, denn ich werde ja nach El Salvador auswandern. Da wird es nochmal ein letztes Zusammenkommen geben, Question & Answer, Live-Interview mit einem Special Guest und vieles weitere. Ich verlinke euch unten den Link zur Anmeldung. Da könnt ihr auch ganz kostenfrei und gratis hier zum Event kommen. Wenn ihr noch Bitcoin kaufen wollt, schaut gerne mal bei 21Bitcoin vorbei. Die einfachste Möglichkeit, um in Europa Bitcoin zu kaufen. Und mit dem Code Bitcoin-Hotel bekommt ihr noch bis zu 20% auf die Gebühren beim Kauf von Bitcoin. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, was eure Schätzung ist, wer hier in dieser Dokumentation enthüllt wird. Mein Tipp ist immer noch, we are all Satoshi, aber schreibt gerne mal eure Meinung hier unten in die Kommentare. Bis dann, peace out.